herzlich willkommen zu let's play starship troopers ja es tut mir wirklich leid ich muss ja jetzt sagen also ich muss mich leider geschlagen geben ich habe die schwierigkeitsstufe in diesem level runter geschraubt das ging einfach nicht mehr ich habe fünf mal bestimmt fünf mal angefangen eigentlich kriegs also die mission ist ja sowas also die hat es ja richtig in sich ich bin echt nicht mehr klar deswegen habe ich jetzt ein bisschen an die schwierigkeit stehen das kann ich nicht mit anderen das ist gar nicht mit der relation gewesen wir haben so verkackt das ist so verkackt deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen runter Ich werde den Platzschlug ein bisschen ohne Gedeiht, dass ich auch mal ein wenig Chancen habe. Ah, er kommt. Ah, dann gleich sehr geil. Dann können wir das hier gleich uns holen. Oh. Oh. AAAAAAAH! Ah Mist 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 ist. Ja selbst da kacken wir noch ab. We've got a unit under attack. Na kommt. We've got a unit under attack. Ah scheiße die können ja nicht mehr schießen. Ja egal. Machen wir das so. Hier haben wir noch ein paar. So wie jetzt hier rauskommt. We've got a unit under attack. Los auf den drauf. Los. Ey es gibt's doch nicht los. Ja. Das ist der Moment. Wenn er was ist. Es ist der Moment gar nicht mehr ruft alles. Ja da ist er noch nicht. If man einen stark hasdam an Kr chapff. Os core ist das hier. Er hat ein bisschen Candy 알고st ranks. Wie ist das einee, Gruppe? Äh 있어요. We're looking for die und hier sind ganz union. Roger that. So. Sensors are picking up strong bug activity in the metro tunnels beneath the city. I'd suggest you organize your troops into defensive positions. We've got a unit under attack. Move up. Stay close. We've got a unit under attack. So. We've got a unit under attack. We've got a unit under attack. We've got a unit under attack. Very good. Yeah, that's not bad. Ah, zack. Yeah, but the mission has it so in itself, right? I mean, hello. That's right. Affirmative. So, zack. Yeah, yeah, yeah. Sir. Oh, I should come up here. Oh, I should come up here. Die Mission ist echt unsichtig, ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt ein bisschen runtergestellt habe, die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad. Jetzt müssen wir von hier erstmal nichts mehr befürchten, das heißt, wir kommen mit den Truppen hier hoch. Wir müssen ja eigentlich von hier nichts mehr befürchten. Lieber stellst du ein paar Geschütztürme auf. We've got a unit under attack. Weil das kam nämlich dazu, weil irgendwann kamen noch diese scheiß Skorpionen und ich hab so Probleme mit diesen scheiß Skorpionen, ne, in jedem Spiel, ne, ich komm da nicht klar mit. Ich weiß nicht, wenn die angreifen, ich komm damit überhaupt nicht klar. So, dann machen wir die Verhino. Troopers, hör auf, hör auf. Squad ready, Sir. Ready to fight. Sir, roger das. Tell us what to do. Ich würde am liebsten alle mitnehmen, weil ich könnte ja rein theoretisch auf Tests, wo ich das überschreiben, außerdem. Ah, es ist ein Krumpf, ein Krumpf. Also, wie gesagt, ich sag, das Spiel ist nicht verkehrt, also es ist echt gut, ne. Boah. Boah. Alert, bug attack inbound. Roger that. Boah. 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 So. Boah. Boah. So. So, da haben wir nur noch. Ja, jetzt haben wir sie doch. Ja, komm. Ja, komm. Ja. 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 Mal sehen, was jetzt noch kommt. Ja, normal soll das alles jetzt kein Problem sein, ne? Wisst ihr was? Wir gehen mal. Vorsicht, zwei, wir nehmen hier noch einen Dicken mit. Ja, jetzt hat ich, was kann man hier hin? So So, direkt mal auf Test wieder überschreiben So 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 Wir holen uns hier mal noch. Ah, was macht die denn? Ah, scheiße, man. So, Zeit. So, und noch mal dran hier. Da kommt immer noch so ein Scheißkopf raus, ne? Da kommt immer noch so ein Scheißkopf raus. Da kommt immer noch so ein Scheißkopf raus. Ja komm 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 da rein, los 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 los. Ja komm. Ja. Well, that's the surface clear. But those tunnels are still full of bugs. I pity whoever is going to have to go down there and clear them out. Abgefuckte Mission, ey. Die wirkt hier ganz gut. Mega abgefuckte, ey. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht mehr kaputt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.